Manchmal entdeckt man etwas, was das Leben bahnbrechend verändert. Bei uns kauft ihr nicht nur Fleisch, ihr erlebt es. Deswegen haben wir nicht nur einen Katalog, sondern ein Produktbuch. Entdeckt das Gefühl, gutes Fleisch zu erleben, mit unserem Produktbuch. Wir möchten euch heute unseren neuen Otto Gourmet Katalog vorstellen. Die Bedienung unseres Produktbuchs ist einfach und super intuitiv. Dank eingebauter Navigation findet ihr euch jederzeit zurecht. Ihr könnt vor- und zurückblättern, wie ihr es möchtet. Das Format von 21 x 30 cm lässt sich beliebig auf 42 x 30 cm vergrößern. Mit einem Datenvolumen von 128 Seiten in High Definition findet ihr das gute Fleisch, was zu euch passt. Der Katalog ist vorinstalliert, das heißt ihr müsst nichts mehr machen. Er kommt mit 600 Produkten, das war sehr viel. Wenn ihr ein Produkt wiederfinden wollt, knickt ihr einfach die Seite um und das Produktbuch führt euch jederzeit dorthin zurück. Für eine schnelle Gesamtübersicht des Kataloges setzt ihr euren Daumen in der oberen Ecke an und scrollt. Ohne Ladehemmung. Egal wie schnell oder langsam. Mit unserem Produktbuch nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die ganze Welt. Ihr werdet lernen, wie die Unterschiede in Haltung und Fütterung maßgeblich für den Fleischgeschmack sind. Dank besonders ausgefeilter Technik könnt ihr unser Produktbuch jederzeit überall hin mitnehmen. Der Akku hält ewig, es ist völlig egal, wie lange ihr unterwegs seid. Das Ottogommi Produktbuch lässt sich kinderleicht individualisieren. Ihr schreibt einfach euren Namen gut sichtbar auf die erste Seite. Wie sieht es mit unterschiedlichen Nutzern aus? Gar kein Problem. Mit unterschiedlichen Post-its könnt ihr die Nutzer farblich markieren. Wenn ihr euer Fleisch-Erlebnis mit Freunden teilen wollt, ist es gar kein Problem. Ihr gebt es einfach. Weiter. Das allerbeste an unserem Superproduktbuch ist gratis. Jetzt bestellen bitte! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020